Ja, hallo, meine Freunde. Wir sind hier beim Minecraft gerade. Ich will hier gerade aufzubauen. Ich weiß, du bist nicht, aber mein Programm ist also war am Rückspielen. Ja. Und deswegen muss ich das jetzt hier so machen. Alter, muss ich was aufnehmen. Also hier so so dann bau ich da eine schöne Tür an. Also ich will erstmal ein Hochhaus bauen. So. Da ist der Aufzug dann. Okay, soll es zumindest so sein. So. Den aus der natürlich. So. Ich nehme jetzt meine China. Äh, nee, ich will nicht da, Laura und China. Ich, ich bin jetzt sowas an egal. weg mit dir. So. Ein Schild. So, ein Schild. Hier so ein Schild. Nee. So. einmal hier so 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 arigol arigol so ich weiß es wird getät ich hätte ich hier ganz um ja also so gut und kürzeln und nicht mehr da habe ich mir so und wo um die um aber wie heißt es schon immer zum Leben aufgeben denn das klappt schon mal nicht also no way das klappt schon mal nicht aber wir gehen jetzt mal in eine andere Welt von mir äh war das D ja was äh ich probier mal was kurz ob das geht äh ich brauche jetzt ein eine Basis weil ich spürt mal und 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 ich brauche hier eine Basis jetzt erstmal hier 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 nein nein hier hier so 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 drumherum die hier so drumherum ob sie die Hand hier so ich bin ja er in der Computer AG Prozent vier vier Spiele und auch auf das MeinCraft in Teilen es wird ja wir haben einen Wettel gemacht und nicht wahr so unklug Prozent er hat dann TNT genommen denn hier gesprengt natürlich dann war die ganze Base kaputt das war das erste Mal hier aber er ja und deswegen mache ich hier mal ein paar Prozent Probeläufe für das nächste Mal also nächste Woche so so dann tue ich die jetzt mal weg und so ob sie um sie dir genauso sie dir an so heute überraschung noch das heißt die können nicht die die weiß auf springen von mir Kölzer und wenn man der Liedkirche der Weg ist erst mal eine schöne überraschung bekommen und dann Euro mit Testen oder Sporter ganz einfach zum Schluss sind er hat zelt der Erkrankte übertesten Prozent TNT und Hebel gut dann setze ich jetzt noch da so noch da die haben Probe schützend aus und es hat geklappt zu über Prozent 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 auch dieser Töne lang ich muss ein bisschen ja also ist bleibt ganz gut und ich schreckt ihn blau also ich weiß nicht ob ihr KF Geilhock ent Prozent der der macht er so Paintball Videos f auf Minecraft so Paintball Map Schau mal unbedingt vorbei ja ach so KFM wenn du das hier siehst na So ein bisschen größer gebaut, aber Bisschen größer ist aber okay So Ja Gut Dann baue ich jetzt da Oh, Bananen Ich sehe, es habe schon so Obsidian mitgemacht So, dann kommt da jetzt Obsidian hin So Und ich nehme schon zwölf Minuten auf Geil oder wartet kurz Äh, ja Nee Zehn Minuten sieben So So Dann baue ich das jetzt hier zu So 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 das ist es werden der Hammer wenn jemand ein Bettchen machen können sich das Thema ausprobieren auch Prozent es wird klappen ganz bestimmt so und dann bei euch da noch so ein Dachchen damit es auch bloß keiner sieht das soll ja unser Geheimnis bleiben das ist so also das heißt wenn in den ankommen das war aufsprünglich aufspringen da kommen wir rein da sagen die wir sind drin und dann so scheiße warum also es ist der beste Trick ever also und dann müsst ihr da auch noch den Boden zu voll machen damit also ihr müsst dann sagt fünf Minuten Vorbereitung äh ja dann dann baut ihr das eben schnell ja die die Wand voll machen da auch noch so ein bisschen andere Farbe hin dann ne blau weil ich ich bin jetzt Team Blau also auf Hördena ja und easy ähm wenn wenn die Clash macht ne ähm dann 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 und die 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 wollen das aufspringen dann holt euch Obsidian und baut äh da alles zu also so hier zum Beispiel so ja ja das mal aufspringen so überall TNT auch äh noch den Boden zu machen so schön voll Obsidian zu machen so 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 ne dann sagen die ja das mal aufspringen alles ne die machen dann so überall TNT rum und dann hieß es Bye Bye nie mehr so so heißt sie wollen reingehen und dann später oh Bananen warum ja aber nicht da ist dann reinkommen ne dann macht ihr nämlich so wenn die dann da reingehen dann machen die so 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 dann dann machen wir das mal dann gehen die da rein dann macht die da TNT rein so und dann wird das angezündet dann macht das man weiß es mit denen dann 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 das ist doch perfekter der der mit für eine Schutzwand also hier so wenn ihr Prozent überspringen wollt so und die Eber das dann sehen an hier so ja geil geil und dann Boom kann es euch ja mal zeigen so zum Beispiel hier da habe ich jetzt dann zufällig die Erwirk kann ich mich nicht besorgen Redstone hier so dann mach ich hier so Redstone hier so so hier so und ich mach wieder Tag so er kommt da TNT hier so hin TNT macht ihr da ein Hebel aber zuerst die Beschäftigten macht dazu macht er macht alles zu wirklich wie gut denn hier so zumachen die Sonne jawohl gesehen hier war nix so als Ex als Beweis tue ich da jetzt mal ein bisschen ein Block hießen nee am besten Wolle so er kann ich nur von einer Seite gucken so dann mach ich da jetzt ein und da jetzt ein hin dann gibt es schön Redstone Verkabelung wie immer so Redstone Verkabelung ok los dann da noch mal ein Obsidian Block hin tun so und zünden und zünden und zusehen und es ist nichts ankommen wie viele Minuten nehme ich schon auf äh gut dann das sage ich jetzt nur das war es auch schon für diese Feuere und haut rein